Ja, meine Damen und Herren, es geht auf in die dritte Runde, in die dritte und letzte Runde, so könnte man es jetzt fast bezeichnen. Zwei tolle junge Männer, das Motto am heutigen Tag Jung und Wild und das passt dann auch hervorragend zusammen, kreieren, nachspeisen, so sage ich es jetzt einmal salopp, Desserts, unter dem Motto Freestyle. Also, was muss man darunter verstehen? Ihr kocht oder ihr bereitet vor, gewisse Nachspeisen, die völlig aus eurem Gehirn, aus dem Bauch entstehen jetzt, ohne dass man ein gewisses Grundrezept voraussetzt. Ihr kreiert Sachen mit Zutaten von den Ausstellern hier auf der diesjährigen Gastro, die euch zur Verfügung gestellt worden sind und da sind wir sehr gespannt und man lässt mich dann immer so ein kleines bisschen im Dunkeln tappen, was ihr an dieser Stelle in dieser dritten Runde vorbereitet habt. Genau, also vorbereiten machen wir eigentlich gar nicht so viel, wir machen wirklich alles à la minute, das heißt auf die Minute hin und haben uns wirklich in den ersten beiden Runden gut von einigen Schaustellern zutun lassen. Da wäre einmal im ersten der Heinrich Caro gewesen mit seinen Dessertprodukten, dann hätten wir einmal noch die Bäckerei Wegner, die uns geholfen hat und in der zweiten Runde genau die Kaffee Wegner und die Kaffee Rösterei bei Juliette. Und in dieser letzten Runde haben wir uns mal einen etwas größeren Sponsor geholt. In den ersten beiden waren es eher kleinere, unbekanntere und diesmal haben wir halt gesagt, wir arbeiten mit einem Handelshof zusammen. Ja, also wenn Sie mal schauen, hier drüben Handelshof, ein riesengroßer Stand und da habt ihr jetzt die Zutaten herbekommen. Richtig, wir haben so ein paar Kleinigkeiten uns zusammengesammelt, weil wir halt mal auch ein bisschen was anderes machen wollten. Wir setzen jetzt nochmal eine kleine Schippe oben drauf. Eine kleine Schippe oben drauf. Wir haben uns ja von Dessert zu Dessert ein bisschen gesteigert. Wie gesagt, alles aus dem Bauch, Freestyle halt, wie ihr das hier vorne so macht. Jetzt sind wir ganz gespannt, was ihr uns in der dritten Runde bieten wollt. Also der Handelshof war zumindest spendabel. Die Einrichtung, die jetzt hier die Zutaten mehr oder weniger, muss man natürlich sagen, weil die Grundsachen sind natürlich ohnehin schon vorhanden, euch gesponsert hat. Und was die beiden Jungs aus dem Seehotel Sternberg jetzt sich wieder ausgeheckt haben, so sag ich es einfach mal, weil man lässt sich nicht da immer so ein kleines bisschen im Dunkeln tappen. Das erleben wir jetzt. Na, es macht doch viel mehr Spaß, wenn du im Dunkeln tappst. Genau. So. Pass auf, wir haben ein paar mehr Komponenten diesmal. Wir machen eine gebackene Creme von der weißen Schokolade. Dazu kommt ein Rotweingelee. Dann haben wir noch ein Papaya Chutney. Klingt alles sehr vielversprechend. Von, das kommt alles von meiner Seite. Dann von Tobi haben wir dann Honigwaben. Honigwaben? Nennt man auch französische Hippe. Auch französische Hippe genannt. Also lass dich überraschen. Ja. Wir fangen einfach mal an. Also und dann nebenbei schnattern war noch ein bisschen. Nehmen wir schnattern noch ein bisschen, genau. Richtig. So, ich gehe wieder so ein kleines Stückchen zur Seite hier. Ja, nicht, dass du wieder voll... Ich wollte dir... Ich hatte dir eine Schürze angeboten. Du wolltest mir eigentlich eine Schürze geben. Moment, das kriegst du auch. Weil er hatte vorhin so ein kleines bisschen die Angewohnheit, wie sag ich mal, im Eigelb rumzurühren und das wurde dann mit irgendwelchen kleinen feinen Zutaten noch versehen und dann hat er wahnsinnig... Ja, mach mir mal einfach... Ich mach dir das mal rum. So, das ist nett. Ja, prima. So, du kriegst jetzt noch eine Schürze um. Muss ich die da auch nach oben schlagen? Mensch, die passt ja dreimal um sich rum. Ja, ich bin halt... Also als Koch gehe ich eigentlich nicht durch, das wird mir keiner abnehmen. Ne, das nimmt ja wirklich keiner ab. Zu dürre. Das auf jeden Fall. Obwohl meine Frau sagt immer, ich esse sehr viel. Du isst sehr viel, das sieht man nicht. Ne, ne? Du kriegst diesmal auch eine Schürze von mir. Ein guter Verbrenner. Weil ich habe dich ja das letzte Mal ein bisschen eingesaut. Okay. So, jetzt kriegst du natürlich auch mit einem schönen Seehotel-Logo drauf, das gehört dazu. Genau, wenn schon ein Seehotel dann vernünftig. Alles, ne? So, jetzt geht's in die vollen. Also auf jeden Fall wird zuerst mal der Rotwein. Erstmal wird der Wein geköpft. Geöffnet Wein. Also ohne Wein kann ich nicht arbeiten. Der muss atmen, ne? Der muss atmen, ja. Und ist es in eurer Branche auch so... Wie Mario Barth schon so schön sagte, der muss atmen. Und ist es in eurer Branche auch so, dass man hier und da mal den Wein probieren muss? Äh, man muss vieles probieren, auf jeden Fall. Ähm, ich habe hier total einen blöden... Ich hatte da einen... Weil ich mit dir schnatter, habe ich einen scheiß Schnitt gesetzt. Äh, schlechten Schnitt gesetzt. Ja, genau. Also ich habe da irgendwie immer einen Herrn im, ähm, im Auge, der dann auch, äh, in Deutschland zumindest in Kochschoss aufgetreten ist. Der hat eigentlich immer sehr viel Rotwein getrunken. Ja. Manchmal auch ein bisschen viel. Ja, ich weiß. Wir reden vom Gleichen, ne? Äh, ich denke an denselben, von dem du sprichst. Das ist richtig. Schöner Gruß an Herrn Biolek. Ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, aber es ist... Ja, ich bin da frei von der Leber weg. Also ich kenne da keine Scham. So, wir haben uns auf jeden Fall einen schönen Primitivo geholt. Ja. Den verarbeiten wir zu unserem Weingelee. Ich habe, der Herr Schwarz hatte ja von seinen vorigen Kochkürsen noch ein bisschen Karamell übrig. Das habe ich mir einfach mal ganz dreist gekrallt. Ja, du hast ja schon ein bisschen was vorbereitet mit dem Karamell, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, das hat er ja schon schön vorbereitet gehabt. Das habe ich mir einfach mal zugute getan und habe mir das geschnappt. Und jetzt sah das eben so aus, als würde den Rotwein dort reingießen willst. Hast du gut kombiniert. Ui. Der kommt mit dazu. Aber ich denke mal nicht zu heiß, ne? Oder? Äh, angemessen heiß, sagen wir es mal so. Also die, die Masse aus Karamell ist noch ein bisschen dickflüssig. Ja, die kann noch ganz kurz. Aber das kriegen wir schon hin. Genau. In der Zwischenzeit weichen wir mal was ein. Ah ja, jetzt kommt also... Was kommt jetzt? Müsstest du ja jetzt wissen. Das kenne ich jetzt schon. Also die, die Plättchen, sage ich mal, die kleinen Karamellplatten werden eingeweicht in, ja, handwarmen Wasser. Ne, kalt. Ganz kalt. Ganz kalt. Also ganz, ganz kalt. Naja, okay. Zimmertemperatur. Ja, das kälteste Wasser aus der Leitung kriegst, ne? Genau. Okay. Aber während ich hier jetzt mal einweiche, ich mache eigentlich gerade relativ uninteressante Dinge, aber der Tobi, der ist ja hier schon mit seiner, mit seinen Hosen, nicht warm, mit seiner französische Hippe schon am Werk gehen. Französische Hippe. Französische Hippe. Französische Hippe. Französische Hippe. Ja, okay. Also auf jeden Fall sehe ich Zutaten, das ist, denke ich mal, Mehl. Mehl, Puderzucker und Honig. Mehl, Puderzucker und Honig. Und jetzt gibt's, jetzt gibt's obendrauf noch ein bisschen Butter. Genau. Und das ist ja in der Regel immer so das gewesen, was unsere Großmütter so bevorzugt haben. Da muss viel gute Butter ran. Ohne Butter, glaube ich, geht's nicht, ne? Kann man, kann man Öl nehmen oder so? Butter. Das muss Butter sein. Ja. Okay. Gut, okay. Also das Ganze wird geknetet hier. Das macht er per Hand. Genau. Und jetzt wird nichts warm gemacht. Erstmal nicht. Nein, das wird im Backofen, wird das dann abgebacken. Bei 180 Grad. Bei 180 Grad wird es abgebacken. Okay. Also er rührt hier und das macht er alles mit seinen bloßen Händen. Das ist unglaublich. Und jetzt schauen wir mal, was auf der anderen Seite passiert. Hier sehen Sie es, meine Damen und Herren, schon im Hintergrund. Was hast du da jetzt gerade zugetan? So, ich bin jetzt schon mal fast ein, zwei Schritte weiter. Ja. Ich habe natürlich meinen Zucker wieder flüssig gemacht, den Karamell. Mit Wein abgelöscht und dann noch ein bisschen Vanille dazugegeben. Und bereite jetzt quasi schon meine gebackene Mousse vor. Ja. Meine gebackene Creme. Und das ist jetzt Butter? Das ist Vorbereitung für die gebackene Creme. Das ist jetzt weiße Schokolade und Butter. Ah ja. Sie sehen aus wie ein bisschen wie Smarties hier. Nur nicht bunt. Schmeckt auch fast zu. Ist weiße Schokolade heiß. Ist weiße Schokolade. Ganz handelsübliche weiße Schokolade. Also... Aber du, aber erhitzen tust du das jetzt in diesem Fall nicht, ne? Doch. Das wird noch jetzt... Ja, danach. Aber jetzt im Moment... Jetzt gerade noch nicht. Also da ist keine Hitze. Ich habe hier bloß meine einzelne... meine kleine Platte. Ich dachte, jetzt gibt es Probierhäppchen hier. Nee. Okay. So, das Ganze geht jetzt erst mal ein paar Minütchen in den Ofen. So, du hast jetzt schon wieder... Das ist was mit Ei, denke ich mal, oder? Ja. Ich habe hier fünf Eier drin. Fünf. Die schlage ich ein bisschen mit Zucker auf, damit das eine schöne, cremige Konsistenz kriegt. Kommt dann noch mehr dazu. Milch. Also... Würde fast so ein bisschen sein wie Kuchenteig. Kann man das so... Es wird ein leichter Kuchenteig, bloß der Mehlanteil wird geringer sein. Geringer, ja. Und... Normalerweise würde ich Pulling-Pulver benutzen, aber ich habe keins mit. Also ein bisschen improvisieren. Ist halt Freestyle, ne? Ist halt Freestyle. Also man kann nicht alles da haben. So, das Ganze halt ein bisschen schön aufschlagen. Milch dazu nachher und mein Ei... Ach Quatsch. Butter und Schokoladengemisch dazu. Wie lange musst du das jetzt, bis es eine feste Konsistenz hat? Ich möchte schon eine schöne, cremig-feste Konsistenz haben. Ja. Warte natürlich darauf, dass meine... mein Butter-Schokoladengemisch auch... Ah ja, dass ich beide noch ein bisschen am Köcheln... Richtig. Und die Butter muss ich total auflösen, ganz klar. Also es sollte schon irgendwo dann eine homogene Masse geben, die beiden Sachen. Was machst du jetzt hier gerade? Das ist immer noch dieses Karamell. Dieses Isomalt. Ach so. Das ist also praktisch unser Isomalt, was wir jetzt einmal erhitzt haben. Und jetzt das auch schon so ein bisschen die... Sag schnell, die dunkle, bräunliche Färbung kriegt. Genau. Und der Thomas ist hier am Campen. Genau. Ein sehr hoher Geräuschpegel jetzt mittlerweile hier. Ja, es dauert halt seine Weile, bis man alles aufgeschlagen hat und zusammengeschlagen. Zusammengeschlagen. Na ja. Gut. Ähm. Kannst du uns vielleicht schon mal so klein... so ein kleines bisschen andeutungsweise im Vorfeld sagen, was noch dazu kommt. Was noch dazu kommt. Nicht alles verraten, aber vielleicht so kleinen Tipps schon mal. Na ja, so viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Damit wir die Leute bisschen neugieriger machen. Wir haben jetzt im Prinzip schon fast alles drin. Wir haben das Ei drin, wir haben Zucker drin, wir haben Butter drin, wir haben die Schokolade drin. Das heißt, jetzt fügen wir noch ein bisschen Milch dazu. Noch ein bisschen Milch dazu und zu guter Letzt noch ein bisschen Bindung durchs Mehl. Du wirst dir schon was dabei gedacht haben. Richtig, ich habe mir was dabei gedacht. Und wir hatten ja im Vorfeld gesagt, ähm, als wir nach Ende der zweiten Runde, als ihr noch mal losgegangen seid und habt euch von den Ausstellern hier die Zutaten, ähm, ja, wie sagt man? Besorgt. Besorgt. Ja, besorgt. Kann man einfach mal so sagen. Da wusstet ihr eigentlich selber noch gar nicht, was wir, was ihr heute jetzt kreditiert in der dritten Runde? Nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Also, wir sind wirklich auf Schlauendons losgezogen und haben uns erst während des Losziehens wirklich einen Kopf gemacht, was wir machen. Das muss man sich mal vorstellen und das muss man wirklich mal sacken lassen. Ähm, man geht los, schaut, was hier auf der Messe für Zutaten da sind, was man verwenden könnte und dann reift im Kopf in Windeseile so eine Idee und die wird dann hier einfach in unserem DEHOGA Kochstudio umgesetzt. Richtig. Es ist auf jeden Fall toll, dass ihr euch diese Herausforderung stellt. Ich finde es einfach mal überwältigend, dass man sich traut, diese und jenen Sachen zusammenzubringen. Macht natürlich auch Spaß, euch zuzuschauen. Und jetzt schauen wir noch mal auf diese Seite. Ähm, du gibst das jetzt in Formen. Ich habe hier so kleine Förmchen vorbereitet. Also, wie eine kleine Puddingform, ne? Richtig. Die habe ich vorher eingesprüht. Das ist ein normales Pflanzenfett, das halt in Dosen abgefüllt wurde, das unter Druck steht. Und das ist halt sehr gut, um es auf Flächen aufzutragen. Also, damit es nachher nicht kleben bleibt? Richtig. Das heißt richtig Trennfett und ist halt sehr gut, damit nichts kleben bleibt. Siehste, muss man mal sagen, wenn die Mutter oder die Großmutter früher den Pudding gekocht hat, der wurde in Tassen abgefüllt und dann hat man das gestülpt, wie man so schön gesagt hat früher, mit kaltem Wasser und sowas. Ja. Also sowas in der, in der vielleicht vergleichbar. Ähm, allerdings hat der Fortschritt natürlich auch hier zugeschlagen, dass man sagt, okay, da gibt es so eine Trennmittel, die sprüht man da ein und dann fällt das viel besser aus der Form. Also, das ist jetzt kein perfektes Mittel. Natürlich brauchen wir manchmal noch mal Mehl dazu und so weiter. Das ist halt einfach nur ein Fett, das sich sehr gut filmartig auftragen lässt. So, also ich muss noch ein bisschen Platz machen hier, weil es geht jetzt wieder und das wird jetzt, die ganze Masse wird jetzt einfach nur erhitzt. Richtig, das wird jetzt einfach nur mal mit, in Kombination mit Dampf und Hitze zusammengeführt. Wir gehen mal ein bisschen aus dem Bild hier, genau. Ich werde gleich noch mal ein bisschen nachjustieren. Was heißt jetzt nachjustieren? Äh, also Temperatur und Feuchtigkeit. Ah ja, okay. Mal, die Geräte sind ja mittlerweile nun wirklich Hightech. Also da kann man so viele Sachen einstellen. Die Jungs und Mädels in der Entwicklungsbranche, die wissen, was sie tun mittlerweile. Und das heißt, da kann man auch wirklich aufs Temperatur auf den Punkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, aufs Grad genau. Ja. Aber ich sag mal, so in Fünfer-Schritten auf jeden Fall. Vielleicht sprechen wir dann an dieser Stelle auch mal diejenigen an, die vielleicht ins Auge fassen, so einen Beruf zu erlernen. Es ist schon, ich sag mal, eine Kunst, ein bisschen Kreativität wird vorausgesetzt. Es ist nicht nur das einfache Rühren am Herd mit der Kelle im Topf, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Alle diejenigen, die aus dem Fach sind, werden wissen, wovon ich rede. Und wir schauen jetzt noch mal beim Thomas, was schälst du jetzt für eine Frucht? Ich schäle eine Papaya. Eine Papaya. Die kommt dann nachher, mache ich ein schönes Chutney draus. Wie ich das genau anstelle, zeige ich dir dann. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich weiß noch nicht wie, aber ja, wie gesagt, Freestyle. Naja, es gibt halt ein Chutney oder ein Confit, also was eingekocht. Ich werde sie einkochen, die Papaya. Ich möchte das jetzt nicht Chutney, ich möchte es auch nicht Confit nennen. Ich werde sie einfach einkochen. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir das kameratechnisch auch so eingefangen haben. Ich sag's noch mal. Also er taucht mit so einem Ausstechring in die Karamellflüssigkeit. Da entsteht im Prinzip sowas wie eine Seifenblase. Man kennt das mit diesen Pustedingern. Und dann tropfst du dieses Öl da rein. Und das läuft dann runter. Also die Seifenblase umschließt diesen Tropfen und es entsteht ein kleiner Bonbon. Tolle Geschichte. Wird mir die Schere abgeschnitten. Gut, die sehen dann aus so wie, ich sag mal, nicht unbedingt wie runde, wie Tropfen. Sieht ein bisschen aus, wenn es ein bisschen heller wäre wie Bernstein. Ja, auf jeden Fall. Kann man so sagen, ne? Man kann es auch ein bisschen glasig. Genau. Der Zucker ist ein bisschen dunkel geworden, aber wie wir schon so oft sagten in dieser Show, life is life. Life is life, genau. Und, aber es funktioniert trotzdem super. Man sieht schon, er hat das schon ein paar Mal gemacht. Eben, wollte ich gerade sagen. Das ist schon richtig konventionell. Ich würde mich wahrscheinlich wieder ganz, ganz blöde anstellen dabei. Weil es zieht ja immer diesen Faden auch, ne? Ja, aber im Prinzip her kann es eigentlich jeder. Karamell ist halt zuckerhaltig. So, da kommt wieder, was war das jetzt für Öl? Kürbiskernöl. Hatten wir gar nicht so gesagt erst mal. Und dann sackt es durch und es entsteht so ein kleiner karamellisierter Bonbon. Also wir finden das Rad hier nicht neu. Nein. Denke ich. In keinster Weise. Eher im Gegenteil. Also ich denke mal, die Küchenkunst lebt auch davon, dass man sich gegenseitig irgendwo ergänzt und auch schon ein bisschen abgucken muss, um, na klar, auch neue Sachen zu kreieren. Man kann ja nicht auf alles kommen. Nein. Man kann ja nicht auf alles denken. Ich sag mal so, normalerweise mittlerweile bilden sich jetzt sehr große Gastronomie-Communities, die halt alle irgendwo versuchen zusammenarbeiten und versuchen, ein gutes Produkt hervorzubringen. Und 100 Köpfe sind schlauer als einer. Logisch. In allen Branchen, nicht nur bei euch. Jeder kommt mal auf eine Idee, die ein anderer noch nicht hatte und versucht, die dann halt durchzusetzen. Oder hat eine Idee, weiß aber nicht, wie man sie durchsetzt und ein anderer hat wieder das Know-how, um es durchzusetzen. Also das ist halt so ein Wechselspiel, das dann stattfindet, weil... Die Kerne gehen jetzt raus, oder wie sagt man dazu, sind Kerne, ne? Das sind Kerne, richtig. Kann man so sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe sie noch nie probiert. Die sind eigentlich auch ungenießbar, oder? Bei so einer Papaya? Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, habe ich sie auch noch nicht probiert. Hast du auch noch nicht probiert, ne? Aber was nicht ist, das können wir ja nachholen. Wollen wir einfach mal probieren, so einen Kern. Pass mal auf, wir probieren mal so einen Papaya-Kern. Also erstmal rund. Bitter. Ne, würdest du auch sagen, bitter? Also eigentlich... Aber relativ normal. Als Bittermittel irgendwo, aber... Aber ich schmecke so eine kleine Kaper-Note. Richtig, richtig. Merkst du auch, ne? So eine Kaper-Note, genau. Ja. Ich schaue mal jetzt in unseren Ofen inzwischen. Ja, die Creme wird langsam. Jetzt bin ich jetzt spannend, wenn du das jetzt raushust und umstülpst, auf gut Deutsch. Oder lässt du es da erstmal drin, ne Weile noch, dass das so ein bisschen fester wird. Wir können es eigentlich auch gleich stülpen, also wenn wir schon mal dabei sind. So, ich will dich nicht drängen, also nicht, dass was schief geht. Also nicht, dass ich noch schuld bin, dass irgendwas schief geht, weil... Klack, und dann hast du so einen auseinanderlaufenden Fleck da irgendwo. Das finde ich dann auch nicht so witzig. Okay, aber... Schauen wir mal. Aber sieht schon erstmal, die Kamera hält da richtig schön drauf. Sieht schon erstmal sehr gut aus. Das ist natürlich heiß. Die ganze Geschichte. Ja. Alles zudrehen. Kann ich das zumachen? Kannst du zumachen. Okay. Der ist aus. Alles ist gut. So, und dann gucken wir mal. Oh ja, also das sieht schon wirklich aus wie so ein kleiner Pudding. Richtig. Ne, das hat richtig schön die Form angenommen. Du hast es vorher eingesprüht, damit es nicht so kleben bleibt. Und das kommt jetzt auf eine Platte. Okay, das sind so richtig kleine Wappelpuddings hier. Daneben werden jetzt unsere Früchte, also in diesem Falle die Papaya, erhitzt. Gibt es dir da noch irgendwas, Thomas? Orangensaft sehe ich. Das ist der Multivitaminsaft, worauf wir auch die Pärchen gemacht haben. Der Multisaft, genau. Das löschen wir hier mal ein bisschen ab. So, jetzt samt es hier schön. Ja, das darf auch richtig mal sein, ne? Ich hoffe, dass die Rauchmelder stabil sind hier drin. Ach, eigentlich sind das eher meistens Hitzemelder hier drin. Wird schon. Ich hoffe es zumindest, dass es hier Hitzemelder sind. Und jetzt kriegst du schon so ein bisschen, also du hast jetzt die Früchte und ist da noch eine Art Fett, also Karamell sehe ich auf jeden Fall. Das ist nur Karamell. Nur Karamell. Kein Fett, kein gar nichts. Also kein Fett, kein nichts. Okay. So, noch ein bisschen Limettensaft dazu. Also unser Limettendecor von Monin. Ah ja. Darf man ja ruhig mal dazu sagen. Sie sehen auch bei den Köchen, beziehungsweise ja alle, die irgendwas mit Gastronomie zu tun haben, so ein bisschen Likör oder so ein bisschen Sirup in welcher Form auch immer mit vielleicht hier und da einen kleinen Anteil Alkohol ist. Ne, diesmal gar nicht. Diesmal der nicht, ne? Ich habe hier... Ja, weil du gesagt hast Likör. Ja, ich habe mich versprochen. Entschuldigung. Soll halt eine kleine cremige Soße außenrum sein dann nachher. Deswegen lösche ich immer mal wieder ein bisschen ab. Wie wir das von zu Hause kennen, mit dem Ablöschen, genau. Genau, bloß ich halt ohne Alkohol heute. Meine Frau hat gesagt, meine Soßen schmecken eigentlich auch gut, besser als der Rest. Doch, die Soßen kriege ich immer ziemlich gut hin. Das ist unglaublich. Ja, das ist wichtig. Soße sind immer das wichtig. Das ist mit dem Ablöschen und so, ja, das passt schon. So, das Ganze mit Multivitaminsaft. Richtig. Also, Sie merken auch schon, klar, hoher Zuckeranteil, bedingt durch Karamell und Fruchtzucker natürlich auch von der Papaya dabei, ganz klar. Und trotzdem ganz ohne Fett. Richtig. So, ihr habt wieder den netten Servierteller in ovaler Form. So, da gibt es so eine Art... Das ist jetzt ein Gel geworden eher als eine... Das ist ein Gel. Oder eine Soße. Und das war das, was so nach Wein roch, ne? Richtig, ich rieche immer noch nach Wein. Mmh, ja. Das ist halt ein bisschen ausgegossen. Können wir eine Messe, bitte? Die Zubereitung ist die eine Geschichte und das Servieren, beziehungsweise dann eine dekorative, ja, ein dekoratives Äußeres dem Gericht zu verleihen oder dieser Kreation zu verleihen, ist eine zweite Geschichte. Und das wollen wir ja an dieser Stelle auch zeigen. Hattest du eine Idee für die Papaya? Dass man nicht nur in die Töpfe schaut, sondern auch, wie kann man was gestalten, wenn es dann kurz vorm Servieren ist. Ja, natürlich ein bisschen grün ist... Ein bisschen grün, grün ist gut fürs Auge. Schöne Farbenmischung halt mit reinbringen. So, da wir ja die ganze Zeit über Crossover mit Tiramisu, mit Thunfisch geredet haben und so weiter... Hast du jetzt eine Kostprobe mit? Nee. Das wär's. Haben wir auch noch ein bisschen was eingearbeitet und zwar hatte ich dir vorhin ja gesagt, Käse ist ja auch Dessert. Ja. Das heißt, über das Ganze, die Reibe, die war gerade eben noch hier. Die Käse. Hier ist die Reibe. Wir suchen die Käse-Reibe. So, und dann zu diesem Dessert werden wir dann noch ein bisschen Käse mit drüber reiben. Was nehmt ihr da für einen Käse? So ein Hartkäse? Genau, das ist ein französischer Hartkäse. Das ist der... Ja. Also süßes praktisch mit ein bisschen Würze, mit ein bisschen Käsewürze. Genau, noch ein bisschen Würze mit reinbringen. Den Wein, den Käse, die Papaya, die Gewürze, das kleine Küchlein, diesen Chip dazu, die Honigfarbe. Ja. Also einfach bloß, dass man mal nochmal ein bisschen was Salziges drin hat, um halt nochmal eine Nuance mit reinzugeben. Wie gesagt, das Auge ist mit. Wenn es dann so schmeckt, wie es aussieht, dann sage ich schon mal vielen Dank euch beiden. War eine tolle Geschichte, wieder was dazugelernt. Ich wünsche natürlich unseren Gästen, unseren Zuschauern, die jetzt sehnsüchtig darauf warten, vielleicht hier und da mal eine Kostprobe zu nehmen. Wir richten dann noch ein kleines bisschen mehr an, dass wir mal rumgehen können. Und sage Ihnen schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sage guten Appetit. Also, vielen Dank euch beiden. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Sternberg, ins Seehotel. Schön, dass Sie auf der Gastro in diesem Jahr dabei waren. Wir haben zu danken. Auf jeden Fall hat es uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.